Welcher Mob bin ich? Erster Tipp, der Mob kann unter Wasser aus einer bestimmten Struktur gefunden werden. Zweiter Tipp, das Mob kommt aus einem Ei und schlüpft am Land. Und der dritte Tipp, es hat eine große Nase und buddelt Blumen aus der Erde. Es ist der Sniffer, ab wann hast du's gewusst?